Willkommen zurück zu Half-Life 2, es geht weiter und wir müssen jetzt die Leite hoch, oder? Ja, gehen wir einfach mal erstmal die Leite hoch und werden hier gleich erstmal wieder abgeschossen, wie üblich. So. So. Jo, wo geht's jetzt lang? Hier rüber vielleicht? Wartet mal. So. Jetzt ist die Frage, wo lang ich muss. Ich glaube, hier bin ich richtig. Ja, okay, jetzt kann ich hier drauf. Perfekt. Ja, doch, der Weg war richtig. Nach dem dritten Schuss getroffen. Mann, bin ich gut. Ah, okay, das macht das Ding also. Wie komme ich jetzt hier hoch? Ja. Ach komm schon, ich will da irgendwie hoch. Hö. Hä? Wie lange muss ich eigentlich? Ich bleib immer einfach auf dem Ding drauf. Der hat da, wahrscheinlich der da unten hat irgendwas aktiviert. Mal schauen, was das irgendwie jetzt gebracht hat. So, wow. Alles klar. Hätte ich auch zu Fuß hingehen können. Hier war ich sogar schon. Und jetzt? Da ist noch eine Leiter. Ah, ich verstehe. Ich sollte echt mal mit einer anderen Waffe kämpfen, die ist für den Arsch. Noch 36 Leben. Fucking off. Andere Waffe. Ach, das waren wieder diese ekelhaften Minen, ne? Ja, ja, ja. Das ist noch mal so eine ekelhafte Mine. Komm. Komm. Ha. Ausgeträgst. Wand. Noch eine Wand und eine offene Tür. Da gehe ich jetzt mal rein. Folgt Freeman. Also mir. Warum sie entfolgen, keine Ahnung. Was für ein Kapitel? Welches Kapitel ist das denn? Sniper. Oh. Okay, da ist jemand gestorben. Ich bin jetzt mal interessiert, oder so. Welches Kapitel das ist. Mehr, 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 mehr. Das 11. Von 14 Kapiteln. Also kommt dann noch ein bisschen auf uns zu. Ha. Was bist du für ein schlechter Sniper? Du triffst ja gar nichts. Zu Horror. Schlecht. Oh, jetzt kommen noch einer dazu. Und er ist tot. Ja. Boah. Das ist nicht schön, wenn er... Zwei auf einen schießen. Boah. Geh weg, du Drecksack. Und jetzt? Ey, die Map kenne ich vom Multiplayer. Ja, die kenne ich. Aua. Du Idiot. Boah. Boah. Werden wir treffen. Hö, hö. Drecks, Dinger. Boah. Da, 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 da. Ich werde jetzt noch nicht hier von so einem kleinen Headgrab fertig gemacht. Und ich verstehe natürlich alles. Aber das beweist natürlich mal wieder, wie ich schlau bin. Und dann scheint man die Waffe zu wechseln. Nein, ich kämpfe mit der weiter. Weil ich es einfach kann. Wow. Weil ich es einfach kann. Ein Badezimmer. Ein sehr blutiges Badezimmer. Also hier würde ich nicht immer gerne meine Blase leeren. Dann würde ich mich lieber einpinkeln. Tönen sind zu. Wo bist denn du? Dann würde ich dir helfen. Oh. Das ist eine Tote. Äh. Nein. Ah. Oh, Tomies. Oh je Ich hab gar keine Munition mehr für die Kacke So Geil So kommen nur welche Ist denn irgendwo Munition oder so Also der Typ liegt hier einfach jetzt mal so rum Und wir haben ab Wir helfen ihnen ja richtig Richtig viel und so ne Einfach abhauen Das ist die beste Hilfe Die man machen kann Also wenn ihr irgendeinen blutigen Typ Oder verletzten Typ irgendwo rumliegen seht Am besten Lässt ihn einfach liegen Und schaut ab Das ist die beste Lösung zu helfen So wie wir es jetzt machen So wie das der Gordon jetzt macht Und das kenne ich auch noch vom Multiplayer Sniper Oh dankeschön Danke Ah komm mach kaputt Ja dann auch Muni Granaten sind voll Wart wo bist du Wart wo bist du Die haben mich im Ach da oben Hau Granaten Was Was Okay ich hab's nicht verstanden Egal Wahrscheinlich weil ich's mir nicht durch Den abkriegen Raben Aua Sag ich deine Granate reinwerfen Wartig oder was Ah gut der erste war reingetroffen Und jetzt Da ist noch ein Sniper Ja er hat mich getroffen Du Sack Nicht getroffen Schlecht Oh Gibt's denn nicht Boah ich hasse Scharfschutz ne Es ist Wie denken die wären damit cool Ja und jetzt Was jetzt Irgendwas mit Granaten Ist ich mit Granaten ohne was Oh man Wahrscheinlich muss ich ihn töten Ja Du kotzt mich an Oder ich muss da lang Oder ich muss da lang Ja das Oh da kommen die Viecher auf mich zu Wah Scheiße Mann Ich sollte mal üben ziehen Und boah Was das für ein Oh Gott ey Er regt dann auf ey Na Weg Ah weg Weg Ich treff mich Genau Ja Du musst mich gleich töten Kann ich irgendwo her Nein Na komm Geht kaputt Haha Nie getroffen Hahaha Was ist das denn Okay ich glaube das muss er machen Also wir müssen doch den Sniper töten Ich gehe mit Leidenschaft dran Gut dass man nicht so gut sieht Boah ne Ich könnte austicken Ja geil Du hast hier gespeichert Du darfst hier zurückrennen Boah Ja Ist gut Ist gut Ja du brauchst hier irgendwie zu schießen Ich bin Mh 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 Gehen wir einfach hier durch Ich hab Bock auf Scheiß Nö 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 Nein Das kannst du vergessen Ich brauch Granaten Aber Bomben Wären mir lieber So Penner Ey So kann man Äh Wie können so viele Leute Snipen Oder das Das haben wir unfair gemacht Ja verbrenn dich Genau Verbrenn dich Kackviecher Getroffen Getroffen Also wir mussten doch Wir mussten ihn doch retten Ja Gut Wo bist du Wo ist der Typ hin Ja bei ich mal bitte Ich esse lang Pommes Mh Lass mich das Garten Mein Zivilprotektionsstatus gibt mir limited Clearance Hast du eine Katze jetzt Das verdammte Ding Haunt Ich Erfolgt Eine Katze Ah ja Ich hab auch eine Katzenphobie Nicht Boah langsam legt Er legt mich Ja genau Er legt mich Haft Flach Ne langsam Regt mich Hat auf Dass das legt War sonst nie so Total komisch Das ist Aber nur scheiße Ja Nexis Ja Ja Geh Rede du mal Ich geh weiter Also Was Ne 죄송 Dein Ganz Geh D Das Geh D Gra Zu Still D